Videodreh bei Estefania. Ich brauche drei Outfits, das ist ganz wichtig. Klappert so, aber du machst einen Song und musst dreimal. Ja, ich habe mich auch weiterentwickelt. Das soll auch ein bisschen professioneller wirken. Deswegen ist es besser, wenn Mama nicht dabei ist. Und erneutes Babyglück. Seid nervös, ne? Ich finde, das darf man auch. Das ganze Drumherum ist halt... Jetzt ist es so weit, ne? Da kommen schon die ersten Freundenstränen raus. Zwei neue Folgen. Die Voyneys. Eine schrecklich große Familie. Mittwoch, 20.15 Uhr. 45�. 22 Uhr.